Ja, das heißt, wir können die Ohren bewegen. Das ist jetzt im Moment noch nicht direkt spektakulär. Aber wenn ihr so vorbereitet, auf eine Tanzfläche geht, wo Musik gespielt wird, bekommt das eine komplett andere Wirkung. Passt mal auf. Musik Seht ihr, so viel Spaß für wenig Geld. Vielen Dank. Machen Sie es. Danke sehr. Applaus